Ohne Scheiß Da guckt zwei Minuten noch da haben wir unser Level 80 erreicht Perfekt Perfektorino So, weiter geht's Irische Truppen kämpften nicht nur an der Westfront, sondern zogen auch gegen Blut Fuck, bis heute geben die schmelzenden Gletscher der Alpen die Überreste von Soldaten des Ersten Weltkriegs frei The more you know Butters Das bin ich Warte, dass es die geilste Saudi skippt Fake News Fake News Äh Ah, wir sind, äh, Verteidiger Okay Alles klar Ey, was? Ey, das ist doch Bullshit, ganz ehrlich, warum... Warum hat das Ding denn nicht gezielt? Warum hat das Ding denn nicht gezielt? Rechts Der Server leckt Der Server leckt Zerstörer der Ecke, da kann man rein? Krass Krasse Sache Nichtsdestotrotz Ey Ey Oh Ich entschuldige mich Ich entschuldige mich Ich entschuldige mich Alter, das kann nicht wahr sein, ey Oh 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 man Ich entschuldige mich Und jetzt Ich entschuldige mich Ich habe auch jetzt keinen Bock, den zu feeden, aber ich will den tot sehen. Ey, das kann ja nie wahr sein. Da ist ja wieder die Shotgun, die mir das Spiel kaputt macht. Oh. Ey, mach den doch kalt. Ja, danke schön. Boah, ey, endlich. Alter, gehst du mir auf den Sack, ey. Boah, verreckt doch einfach. Ach, ey, ich weiß nicht. So. Gut. So, verrecke. Versager. So. Ey, was ist denn hier los? Es leckt. Richtig krass sogar. Ich habe verworfen Frames. Aber das ist eine Demo, liebe Freunde. Äh, Alpha. Hätte mich gewundert, wenn es funktionieren würde vernünftig. Ah. Ja, Mann. Fuck. Wir haben den Flame Troop eliminiert. Sehr gut. Sehr gut. Schöne Ding. Schönes Ding. Ist das toll. So. Ein Satz. Oh, da war Knöpjes. Ah, der Mast erregt sich gerade auf in seinen Chiroglyphen. Das hat weh. Ah, der Mast erregt sich gerade auf in seinen Chiroglyphen. Ah, der Mast erregt sich gerade auf in seinen Chiroglyphen. Hä? Nee. Wollte schon gerade sagen. Die Maffe, die Maffe, sag ich schon. Die Waffe macht einfach zu wenig Damage. Äh... Über Bord? Nee. Nur 15 Kills mit dir? Was ist das für ein Ding? Okay, so ein Wachturm. Alles klar. Dann holen wir uns mal B. Freddy. Der Maffe! Der Maffe! Der Maffe! Bordet! Der Maffe! Bordet! Ich bin der Maffe! Bordet! Wir haben den Begriff auf! da war er so läuft das so läuft das danke schön mein gott holen wir uns gleich wieder erst mal hier stück für stück er hat von fehler jetzt weiß er wo wir sind toll natürlich fall ich wieder um das ist unglaublich und noch mal ja ja ich suche mir auch immer die besten ecken zum spawn aus muss ich immer sagen genau martin scorsese jawohl so wie ich tatsächlich keinen getroffen scheiße ja 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 oh gott verzeihung höhe 141 nehmen wir gerade ein alles alles klar füren 20 kucker fehler aus das ist auch noch ein auftrag schade ja ich kann abgesnackt ja mit der panzerbüchse habe ich ganz raus wirklich mal vorsichtig behaupten nein ehrlich jetzt was was denn war man von gott ist auch unglaublich was ich hier zuträgt mit der repetierpistole ja ja jungs geht so nie weiter mit uns hier ja da hast du vollkommen recht wolf unknown to you ja diese map ist eine gute sache war da einer nö ok da aua 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 oh man ey ich hab mich grad hingelegt alter das darf nicht wahr sein und in hier ist das nicht das ist einfach weil Alter, nicht cool. Haben sich jetzt endlich alle beruhigt, ja? Gut. So, dann können wir ja jetzt weitermachen. Oh Gott, ey. Ey, Alter. Das darf es ja wohl jetzt nicht sein, oder? Was? Ach, ich bin ein Freund. Au, 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 au. Verdruckungsfeuer. Komm, weißt du, wenn die Noobs das können, dann kann ich das auch. Wo ist der? Anscheinend schon weg. Gut. Alter Schwede, ey. Boah, ich dreh ab. Ich dreh echt ab hier. Ein bisschen müde heute noch. Aber ich konnte es echt nicht mehr abwarten ohne Scheiß. Bin zwar um 4 Uhr pennen gegangen und um 10 Uhr wieder aufgestanden. Ich konnte nicht mehr warten. nicht mehr. Ich musste einfach sweep ohne Scheiß. Einen brauchen wir noch. Ich habe jetzt einen Monat, musste ich jetzt darauf verzichten. Ey, ich konnte nicht mehr warten. Wir haben ein Quadraten geknackt. Wir haben ein Quadraten geknackt. Oh, ist das? Oh, ihr habt keiner? Oh, ihr habt ihr habt? Oh, ihr habt euch doch. Oh, ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt? Danke. Sehr verbunden. Yeah, wir haben anders Biff ausgeführt. So. Müssten wir auch mal gleich gucken. Oh, hä? Was? Was das wohl auf sich hat mit dem Befehl ausführen? Was? Na, was man dafür freischaltet. Damit freischaltet. Ich hoffe, ich habe mir jetzt die Einstellung gar nicht mehr angeguckt. Großartig vom Mikrofon. Von allem. Ich hoffe, passt jetzt alles so. Ansonsten habe ich ein Problem, aber egal. Ich konnte halt, wie gesagt, nicht mehr warten. F verteidigen. Äh, F angreifen. So, über die Stacheldraht. Geht oder hoch? Ganzer Wüchsenkackenhof. Ich hoffe, wir sind im gleichen Atemzug die Finger abgefallen. Oh, das ist kaputt. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich komme schon auf Assassin's Creed. Uh. Alter, Fatscher. War das knapp. Äh, ich meine natürlich, war easy. Ja, guck, 40 HP. Reicht für den nächsten. So. Lol, Alter, da bin ich mit der Maus hängen geblieben am Pad. Kann ja wohl nicht. Das kann ja wohl nicht. Ups. Gut. Aber jetzt nichtsdestotrotz möchte ich jetzt gerne mal wissen, was jetzt dieses... Okay. Dieses, dieses... Naja. Aber Panzerabwehrminen können wir ja machen. Wir können aber schon mal eine andere Prima... Da, mit der Automatico M1918 Sturm. Ja. Das können wir machen. Ach, die hat gar keinen... Skin. Wir haben ein Objektiv Butter genommen. Schade. Mit der Automatico habe ich auch noch nicht oft gespielt. Was habe ich denn da gemacht? Oh Gott. Ich weiß auch warum. Das Magazin... Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das Magazin da oben hin zu klatschen. Und das auch. Habe ich auch nicht verstanden. Aber das ist ja... Da siehst du doch gar nichts. Na klar, das Ding schießt scheiße schnell. Nützt dir das, wenn du das Magazin verheizt... Ja, und keinen getroffen hast. Ich hole mir jetzt hier Caesar. Oder Charlie. Oder Charles. Oder wie auch immer die halt nennen hier. 3 auf D. Huh. Da hat mir die Automatico gerade den Puppers gerettet. Ja. Will ich jetzt mal sagen. Wie viel muss ich denn damit machen? Äh. Nope. Oh. 50 Kills. Easy going. Oh ja. Nicht so. Nicht so schaue ich auch noch mal in den Medic rein. Weil ich hier... Weil es da noch was Schönes gibt. Ich meine das mit der Martini Henry. Das war eine Qual. Gebe ich zu. Für was, was sich irgendwie meiner Meinung nach nicht gelohnt hat. So. Ich verschaffe er mir einlass. Ich verschaffe er mir einlass. Ähm. Ja. Vielleicht sieht das ja für den Medic anders aus. Ja. Für den Sanitäter. Sein... Ich habe jetzt hier... Gewähren. So. 13.15. Guck mal. Gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass ich jetzt im Monat gar keine Computerspiele mehr gespielt habe. Ich muss auch sagen. Ich habe... Mein Computer auch so gut wie gar nicht angehabt in der Zeit. Das ist mal eben schnell Social Media oder so nicht drin. Nach Hause und ins Bett gefallen. Einfach so. So. Wie es der mitbekommen war, habe ich. Ist für den Aufnahmen ja leider auch nicht geschafft. Alter Vater, gehst du mir auf den Sack, ey. Du hässlicher Mongoder mit deiner komischen... Guck mal, jetzt sind dir sogar die Panzerbüchse. Ja. Wenn du nix kannst. Du bist dieser komische Russe, ne? Der sich gerade in irgendwelchen fremden Zungen aufgeregt hat. Boah, Alter. Die Performance ist aber gerade hart in den Keller. Und das machen wir noch auf dieser Map. Ich finde die grafisch auch sehr schön. Die ist so schön hell und farbenfroh. Wie ist das? Wie ist das? ... ...